Folge 3 von Autobahnpolizeisimulator, die wo wir nicht nachts alles kaputt machen, sondern wo wir tags alles kaputt machen. Der Andi hat eine Neiche Uniform. Autobahnpolizeisimulator, der Simulator. Schau mal, wie sich der Andi geil in die Kurven legt. Boah, müssen wir denn das Auto nehmen? Können wir das nicht auch zu Fuß machen? Der Brun müsste aber andere Geräusche machen beim Laufen. Dann geht er nämlich so Moment einmal, Geschwindigkeit messen, hallo? Achso, ich brauche ja Zivilfahrzeug, sonst werde ich ja erkannt. Das ist clever. Geil. Fahrzeug fahren. Und was für ein schönes Auto. Die haben bestimmt drauf gehofft, dass sie irgendwie einen Deal mit BMW bekommen oder halt BMW, weil sie sagten, nee. Zentrale, Otter, Moor, 01. Vorsicht! Behinderung des Verkehrs... Ja, aber das machen wir nicht. Wir machen das jetzt einfach so. Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott. Also hier ist 80. Jetzt suchen wir das erste Mal eine Straße mit Geschwindigkeitsbegrenzung. Aha. Hä? Hast du das geschafft? Ja, ich hab keine Ahnung. Wo messen wir denn? Ach, das ist jetzt Schnellreise. Ach so. Aha. Wo fahren wir denn hier? Irgendwo an der Landstraße halt, oder? Irgendwo vielleicht eher so innerorts. Da ist doch bestimmt wegen Lärmschutz oder so. Innerorts ist doch bestimmt Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber vielleicht irgendwo in der Nähe. Jetzt fahren wir mal hier so. Kannst du nicht da so seitlich, wo hier so mausern ist, wo die Tankstelle ist? Ja, aber da ist doch Überland. Da kannst du nicht hinspringen. Ja, 20 Minuten. Komm. Jetzt müssen wir 20 Minuten diesen Bildschirm mal anschauen. Okay. Bin ich jetzt da schon richtig? Dann muss ich erst auf der Autobahn. Kann ich eigentlich mein Auto da so einfach abstellen? Noringen. Noringen. Das ist aber jetzt nicht Radarfalle, sondern ich fahre praktisch hinter denen her, gell? Ach so. Zentrale an Ottermoor, 01. Eile ist geboten. Objekte auf der A42 in Richtung A28. Entfernen Sie die Objekte, um Sicherheit zu gewährleisten. Da wird auch nicht angezeigt, ob ich jetzt hier auf dem Dings zum Beispiel bin, oder? Schon hier kommt was in der Begrenzung und zwar... Freifahrt. Es hätte so schön sein können. Aber wieso ist denn da innerortsfreie Bahn auf der Autobahn? Warte mal, da ist... Oh, jetzt halt. Da ist 100. 100. So. Da, der fährt schon über 100. Das sehe ich doch. Vor allem, wenn ich ein bisschen drängel. Aha, zückt er schon rüber. Was ist das? Da hinter dem LKW? Ja, da schauen wir doch mal her. So. Servus. Es wurde ein Verdacht über die besagte Person gemeldet. Sie befindet sich im... Glaubt 100. 97. Ja, das passt eigentlich. Scheiße. Oh, jetzt 80. Jetzt pass auf. Jetzt. Dieter Vichy noch. Weiß die Kollegen an, in 100 Metern einen 50 Schild aufzustellen. Wieder. Aber er hier. Warte mal. Ich muss das abbrechen. Was war jetzt? Den. Den, komm. Jetzt gehst der Katz. Jetzt pass auf. Da war 50 gerade übrigens. Spätsee. Aha. 108. Oh. Wenn man da schon rausgezogen wird, dann... Hm. Zentrale an Cabela Sumpf 02. Fahren Sie zur Wache See. So. Einmal rechts ran. Zentrale an Cabela Sumpf 01. Mennen Sie sich. Leute schikanieren. Aber das haben wir doch bei dem normalen Polizeispiel schon gemerkt. Ja, bei dem normalen Polizeispiel konnte man wenigstens noch auf die Leute schießen. Bleibst du stehen? So. Grüß Gott. Aber müsste der nicht auch unter Andi in Zivil sein? Aha. Ja, kein Blastenschimmer. Wegen. Die Geschwindigkeit zu betreten. 103. In einer Zone, in der sie nur 100 hätten fahren durften. Oh, der Andi nimmt es sehr genau. So. Was wie der Typ, der... Das Bild von dem... Ähm. Da muss ich jetzt kurz eine Geschichte erzählen. Ja. Als mir dieses Spiel auf der Gamescope vorgestellt worden ist, saß noch ein Entwickler mit drin von einem anderen Spiel und wir haben die ganze Präsentation gefilmt. Das wussten eigentlich alle im Raum. Und plötzlich zeigt halt der andere Entwickler das Spiel. Dann kommt auch diese Person da und dann meint der von dem anderen Studio total laut, dass man es auch auf der Aufnahme hinterher gehört hat. Haha. Der sieht aus wie der Dieter Marchsreiter. Und das stimmt. Dieter Marchsreiter ist eben auch ein Branchenkollege, der tatsächlich so aussieht. Aber ist so knallhart einfach voll laut in den Raum. Emil Schmitz. Der hat übrigens auch sein Fahrzeugschein nicht dabei. Das heißt, es gibt schon doppelt Bußgeld. Zu schnell gefahren. 3 kmh. Oder fällt das noch runter? Das fällt eigentlich noch unter Kulanz, oder? Nee. Also 3 kmh. Der Kollege Kulanz ist heute nicht da. Erstmal Fahrzeugfunk. Was da wohl die aufregendste Quest ist. Also ob es da irgendwelche krassen Verbrecher gibt, die man da hops nehmen kann. Ich fände es voll geil, wenn sie sich noch so einen Schurken ausgedacht haben. So wie Fritz Phantom oder so. Ja. Carlo Querulanto. Aha, so ein Assi. So eine Assi-Karren mit goldenen Felgen. Blinker. Geht. Bremslicht. Geht. Rückfahrlicht. Geht. Okay. Profil. 5,7. Kennzeichen. Passt. Profil. 5,3. Aha. Kannst du da irgendwie messen, ob der tiefer gelegt ist oder so, was er nicht darf? Blinker. Geht. Geht. Bremslicht. Passt. Gut. Also gut. Soweit okay. Gibt auf jeden Fall ein Bußgeld für... Aha. Ja hier. Steht da seitlich drauf. Schwarzgeld. Steuerbeschiss. Fischis. Darf. Ja, der fährt jetzt nämlich in die Schweiz. Und hat auch noch ein kaputtes... Das ist bestimmt ein totes Kind im Sack. Ja. Was sieht da was aus? Hm. Na gut. Na schön. Ja dann, er gibt es doppeltes Bußgeld oder einmal überdreht. Vielleicht weiß ich es nicht. 103 ist eigentlich nicht so viel bei 100. Normalerweise sind sie ja schon ein paar Prozent, die abgezogen werden. Aber ich würd's ihm jetzt einfach mal trotzdem aufprummeln. Dann schauen wir mal. Halt, Moment. Vorher noch Alkohol- und Drogentest. Mittagsschein und Wein. Aha. Mann, das Gerät ist doch kaputt. War gut. Das ist... Die haben uns doch echt hier irgendwie Attrappen mitgegeben. Kein Warndreieck, da da da. Ja, siehst du das wusste ich nämlich auch, dass sie kein Warndreieck hat. Hab ich nämlich gewusst, ne? Haha. 100 Prozent. Bam. So. Und gleich ein Steam Chivo noch abgeräumt. Irre, irre, irre. Irre, irre. Gut, dann... Komm, einen packen wir noch. Norbert Mohr, eins, an Zentrale, komme zur Wache. Erst mal einen raussuchen, der Gas gibt. Zum Beispiel hier dieser schwarze HSN AB17. Ein Arschloch. Da der ist er auf der linken Spur. Der da. Das war der von vorher. Ja, komm. Ja, jetzt versucht er. Verstehst du. Scheiße. Ja, ja. Jetzt muss er auf. Boah, wenn das der von vorher ist. Oh, ist das 100? Nein, scheiße. Das ist aber nicht so schnell. Aber hier. Es sind immer die in diesem Galle. Was ist das für eine Farbe? Galle Metallic. Make my day. Keine Geschwindigkeit. Scheiße. Ich meine, auch anhalten wird zu langsam gefahren. Ja, da liegen zu wenig Style-Punkten und so. Das ist ja Lärmschutzwahl. Scheiße. Daran denkt nämlich natürlich auch wieder niemand, wenn man so einen Lärmschutzwald aufstellt und dann eben da unbegrenzt die Geschwindigkeit hat, dass die Polizisten niemand mehr rausziehen können. Stimmt. Und dann wird es eben langweilig. Dann fangen sie an die... Uh. Also was ist denn das? Ja, so schnell ist der aber nicht. Der hält mir den Verkehr auf. Mit dir. Hier ist 100, aber hier rast doch gerade keiner, oder? Zentrale an Norbert Mohr, 02. Ja, ich fahre ja selber 150. Ja, aber sie ist denn da los? Es ist halt der Trick, selber schnell fahren, um dann schneller an die zu geraten, die man hops nehmen kann. Der fährt auch nicht zu schnell. Tabella Sumpf 2, an Zentrale. Oh. Jetzt hast du ihn vom Ende der Welt abgedrängt. Oh, jetzt aber. Jetzt habe ich ihn. Warte mal. Wer war jetzt das? Ist das der? Nee, ich glaube den gibt es nicht mehr. Den hast du jetzt zerstört. Jetzt habe ich aber schon fünfmal Geschwindigkeit... Achso, ich muss nur fünfmal Geschwindigkeit messen. Ja. Ich muss gar nicht fünf Hops nehmen. Ja, gut. Das kann ich noch machen. Ich kann ja mal schauen, vielleicht kriegen wir ja noch den Dingsten Bonusauftrag. Ansonsten war der Arbeitstag jetzt eher fad. Naja, aber ist das nicht die Essenz des Spiels? Dass Polizist sein eigentlich eher fad ist? Weiß nicht. Bleifuße. Ja, siehste. Das ist deshalb noch reiß. Autobahnraser wäre eh immer das bessere Spiel. Ich könnte auch meine Karre zu Sport fahren. Hoppala. Was? Strafversetzt und wieder... No, oder? Ja. Ich muss jetzt aber nicht noch fünfmal Geschwindigkeit messen. Achso. Nein. Oh Gott. Ja, gut. Ja, gut. Haben wir das auch wieder geschafft. Das war eigentlich... Mich hat überrascht, dass es so lange gedauert hat, ehrlich gesagt, dass wir strafversetzt werden und unser Auto komplett zerstört haben. Aber das soll es erst mal gewesen sein. Ja. Zu unserem kleinen Ausflug in die Autobahnpolizei. Wenn ihr dieses Video oder diese Videos sensationell oft anklickt, dass wir denken, boah geil, dann machen wir vielleicht nochmal ein paar Folgen. Wenn nicht, ist hier mit Andis Karriere zu Ende. Schon wieder. Einmal Chaos gestiftet, schon war's das. Wir freuen uns schon auf den U-Bahn-Polizeisimulator, wo Andi dann weitermacht. Ich würde ja gerne den Silvesternachtpolizeisimulator mal spielen. Ich bin mir sicher, dass es irgendwo ein Team gibt, die schon dran basteln. Nun denn. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.